Ähm, ja, aber wo ist denn jetzt hin? Untersuchert die Blutflecken, ja. Ja, man sollte doch weiter die Aufgaben lesen. Oh, man lacht, sieht das ja auch schön aus. Wie klar kann man an den Sternenhimmel mal gucken? Oder sehen, nicht gucken. Klar kann man den Sternenhimmel dann mal sehen. So, wenn die Lichtverschmutzung hier ist. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Zur Insel. Okay, ich glaube, wir treffen früher auf die kleinen Schnappkrokos, Schnappuiden, Viecher, als ich mir gewünscht habe. Aber, nein, die habe ich mir ja gewünscht. Also, okay, 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 okay. Pass auf. Viel zu viel Draht. Ach, dafür brauche ich ja gar nicht. Das ist ja gut. Okay, dann mache ich die zur Sprenger. Dafür brauche ich auch kein Draht. So, und die sind voll und der Rest. Ja, okay, das wird lustig. Oh, da schwimmt schon ein Schnappuit. So, was war nochmal mit dem... Ähm, Feuer. Das sieht nicht freundlich aus. Nö, tun sie auch nicht. Alter, Alter. Okay, Feuer, ja. Der ist alleine. Jetzt oder nie. Oh, Alter. Der hat ja nicht... Alter Schawitzki. Oh, was war? Habe ich jetzt was? Habe ich erst mal überlegen? Ui. Ja, hallo, mein kleiner Nado. Schnapp mal. Oh, das wäre geschafft. Da haben wir wohl einen kleinen Fisch. Hat er die nicht. Die haben auch groß. Wird das vielleicht ein bisschen mehr. Ich hoffe, das sind immer noch... Nur noch zwei. Das waren ja, glaube ich, drei vorhin. Das ist mir jetzt schon mal einer weniger. Das ist mir angenehmer. Okay, auf Feuer reagieren die, aber wirklich sehr empfindlich. Was war denn das? Okay, wie viel seid ihr? Eins, zwei, drei. Verdammt. Oh Gott. Alte Trümmer. Vorratskäste. Na, das wird ja lustig. Aber vielleicht kann ich da eigentlich drauf. Oh je. Kann ich da hoch? Das wäre vielleicht ganz interessant. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, unterwegs, Claude. Sehr gerne. Ich würde die ganz gerne, verständlicherweise, von oben bearbeiten. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Habe ich schon gemacht. Könnten die hier rein? Ich sollte mich ein bisschen vorbereiten, weil wenn die erstmal auf mich aufmerksam geworden sind. Wieso keine Munition? Wir haben keine Munition, ne? Jetzt rennt er da gleich rein. Äh, ja. Das geht schneller, als ich gedacht hatte. Oh, was wird eine laute Sache. Ja, eine sehr laute Sache. Ähm, Moment. Kurz ein bisschen überlegen. Das sind drei Stück, ne? Das ist kein Witz. Okay, die brennen aber wirklich wie Rudel, ne? Und der ist hinüber. Nice. Okay, einer weniger. Wow. Was haben die denn für Tanks? Dass die so in die Luft gehen. Nicht schlecht. Ich meine, für mich ist es praktisch. Okay, jetzt sind es noch zwei. Oh. Ja, nette Sachen haben die dabei, ne? Ach, was soll ich das denn nehmen? Die kleinen Schnappmäuler hier. Ah, dammit. Ähm. Komm, da ist das gleich weg hier. Oh, die sind nicht... Oh, okay. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Oh, die können da rein. Die können aber sowas von da rein. Okay. Wow. Doch, da ist er. Ich dachte gerade, das war der andere. Bei denen kann man ja auf alles schießen. Genau. Ich bin längst weg. Explodiere das Ding gleich. Vielleicht muss ich aufpassen, weil die treffen mich ja auch, die Explosion. Das war einer Blöde auch nicht. Okay. 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 Ja, das schaffen wir. Der ist nämlich gleich hinüber. Ja. Jawohl. Okay, das waren die Schnappmäuler. Okay, das macht mega Spaß. Kühlsaft. Okay. Nicht schlecht. Das macht echt Laune. Hier könnte etwas sein, dass mein Fokus erkennen würde. Ja, ich habe es auch schon gesehen, aber ich will ja trotzdem erstmal die Sachen einsammeln, wenn du erlaubst, weil da sind feine Sachen drin, die ich gerne alle hätte. Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Jagen leichter machen. Was ist das? Schnappmaul-Feeling. Oh, das ist ein Truhtrang gewesen. Okay, dann die ganzen Sachen hier einsammeln. Was ist das? Nochmal Kühlsaft. Okay. Eine Ratte hat sauberes. Vielleicht entdeckt mein Fokus etwas. Ja, okay. Das ist... Ich bin voll. Ähm, was? Mit der Scherbenplünderer-Fertigkeit kannst du Ressourcen und Modifikationen und 50% ihrer Metallscherben wartest. Ja, nein. Im Moment noch nicht. So verzweifelt bin ich noch nicht. So, das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das kann sogar sein, dass das noch explodiert wäre. Das wird zu schwer. Was bitte? Was ist denn das? Altes Metallauge. Muss ja noch nicht beleidigend werden, ne? Was ist das denn? Altes Metallauge. Rohstoff. Was war das gerade? Rohstoff? Zum Beispiel Reinholz wegschmeißen. Wenn es jetzt wieder passt. Ja, okay, gut. So. Dann haben wir hier noch die Kiste. Und dann haben wir hier... Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Wirklich? Mal sehen, was er findet. Reiker-Gebäude. Datenbescheidung partiell. Ähm, lesen. Hallo. Hallo. Unsere Datensätze zeigen, dass Sie nach sicheren, komfortablen und günstigen Apartments in der Gegend von Salt Lake City gesucht haben. Sie sollten das Reiker-Gebäude in Erwägung ziehen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und studieren Sie die Vorteile, die wir unseren Mietern bieten. Komplett automatisierte Wohnanlage, bewacht von einem hochmodernen Roboter-Sicherheitsteam. Immer gemütlich. Die biometrische Klimasteuerung passt die Temperatur in jedem Raum automatisch an. Kostenloser Fahrrobote. Bei Abschluss eines Mietvertrags lassen Sie Ihren Booten Einkäufe erledigen und Pakete abholen, während Sie den Luxus des Reiker Lifestyles genießen. Auf unserer Holo-Seite finden Sie eine kostenlose, voll immersive Tour durch unsere Anlagen, inklusive einer anpassbaren Simulation Ihres zukünftigen Reiker Apartments. Besuchen Sie uns noch heute und fangen Sie ein neues Leben an. Wow. Ich mache mich gleich auf den Weg. Das kann aber nicht das gewesen sein, was wir gesucht haben, ne? Also ist hier noch irgendwas? Fokus, 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 Spur markieren. Was für eine Spur markieren wir jetzt hier gerade? Okay. Was konnte ich jetzt nicht mehr mitnehmen? Ach so, Reinholz. Ja gut, okay. Das macht nichts. Okay. Wir haben jetzt überhaupt keine Spur markiert. Oh, noch mehr Kühlsaft. Kühlsaft ist gut. Wir sollten doch hier bis zur Insel, hat sie gesagt. Bitte lackier auf der Insel. Ach, da sind die Spuren. Okay. So, dann ist er hier an Land gekommen. Warte, warte, warte. Da ist er lang. Da, nach oben. Da, nach oben. Bei der Sonne. Bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne. Ist das Tor versperrt, ist mein Leben nichts mehr wert. Also wenn sie wieder da, was hat sie gesagt. Tod finden sie mich dann und meine Leiche, starr und klamm. Ich will wieder nach Haus. Dann rücke ich nie mehr aus. Bei der Sonne. Bei der Sonne. Wo ist sie jetzt? Deine Wonne. Ich würde sagen, die Sonne geht gleich wieder auf. Lock hier. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon kann ich deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Hä? Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meine Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, heim Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Ja, vier Stück. Stell dir vor. Willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich, äh, ich wollte nicht in der Fremde sterben. Wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. Na gut. Das heißt, er geht jetzt also, ähm, alleine. Ja, von meinen Wegen. Bevor er noch mehr singt oder Sprüche klopft oder... Er lässt sich nicht wie ein Gefangener von einer Nora führen. Was soll denn der Mist? Na ja. Oh, stimmt. Da sind Blutflecken. Und jetzt geht die Sonne auch gerade wieder auf. Das ist doch schön. So, jetzt können wir ja hier in Ruhe baden, sozusagen. Da sind ja keine Schnappmäuler mehr drin. Alles klar. So, ähm, Quest. Ah, Haupt. Das ist immer noch die Stadt der Sonne. Neben Quest wäre dann die Rache einer Tochter. Ja, würde ich sagen. Also, wie gesagt, die offenen Aufträge, wie diese ganzen Jagdlogengeschichte und sowas. Das kann ich auch so machen. Auf die Sachen werden wir sicherlich unterwegs ständig treffen. Also würde ich sagen, die Rache einer Tochter ist okay. Dann, äh, begeben wir uns wieder zurück. Zu Tagturm. Da oben, das sind Wächter. Okay, die Wächter sind nicht unbedingt das Problem. Okay, dann, die Wächter sind nicht unbedingt das Problem. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte, warte, das ist eine Eisspule. 27 Prozent. Okay, dann schmeiß ich lieber eine kleine weg. Ach so, die müsste ich eigentlich auch verkaufen. Ich glaube, die kann man nur verkaufen, die Spezialobjekte. Geschäfte mit Händlern. Die wollte ich eigentlich nur mir angucken, aber ich glaube, so viel kann man sich die gar nicht angucken. Tassen, Tassi, YouFly, also da sind halt so kleine Icons drauf. Das war die Karte. Dann haben wir noch so eine. Also sie sehen schon individuell aus. Hier zum Beispiel Miriam. Trägt die Aufschrift Miriam, Sets von alten Gefäßen, können Meridian gehen. Ach so, Meridian. Vielleicht soll irgendwas dann in Meridian erst verkaufen. Dann gibt es wohl doch ein bisschen Kohle, mehr Kohle dafür. Vorratssengpässe, okay. Ja, na gut. Dann machen wir das. Ne, was wollte ich eben? Ich wollte die Spulen durchgucken und zwar Schutzkistenmodifikation, so eine Eisspule, die man 20% oder irgendwas anderes wegtun. Speerschaden. Spule 13, Feuer 14, Eis 15, Verderbnis 14 haben wir ein paar von. 14 ist ein bisschen... Ja, komm. Dann mache ich die 14er Spule weg und nimm auf jeden Fall die Eisspule mit. So. Soviel zum Thema leichtes Gepäck. Oh Mann. Echter Herz. Rohstoffe. Verderbnis. Warte mal, erstmal gucken, ob wir noch was herstellen können, bevor ich jetzt hier irgendwie Tragekapazität zum Beispiel. Fallenbeutel. Könnte interessant werden. Vergrößern wir. Kann ich noch was vergrößern? Rassler, Munitionsbeutel haben wir noch gar nichts von gemacht. Seilwerfer habe ich auch noch nichts von gemacht, aber egal. Machen wir einfach mal. Das, was geht, vergrößere ich einfach. So, was können wir noch herstellen? Pfeile auf jeden Fall. Pfeilpakete. Dann mache ich erstmal wieder alles voll. Also Sprengepfeile sind voll. Präzisionsfeile reicht auch aus. Schleudermunitionspakete. Rassler habe ich überhaupt noch nicht benutzt. Und Seilwerfer. Was können wir noch? Ich glaube, Tränke sind bei alles voll, ne? Detonierende Sprengepfeile. Da brauchen wir Low-Metallgefäß und auch Draht für. Sollte ich nicht ganz so viel von machen. Den Draht benutze ich lieber für präzisionsfrei. Der Genesungstränke können wir auf jeden Fall noch machen. Und die anderen sind alle voll. Okay. Dann nochmal eben gucken, wie ein Inventar. Müsste nicht weniger geworden. Großartig. Aber theoretisch müsste ich jetzt Platz haben. Jawohl. Okay. Gut. Ja. Der war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und die sollen sich mal jetzt nicht aufregen. Warte mal, wo kann ich jetzt eigentlich hin? Doch, ist richtig. Ich muss hier hoch. Die waren aber auf dem Hinweg, waren die nicht da? Ich renne mal wieder. Also, als wir hier überhaupt hergekommen sind nach Tagtraum. Tagtraum. Ja, ich empfinde jetzt hier eigene Wortschöpfung. Nach Tagtraum. Mann. Ich krieg die Schwein. Ich krieg die Schwein. Weißt du, habe ich doch gesagt. Ja, dann gehen wir jetzt tatsächlich auf die andere Seite. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Das heißt, wir können jetzt mit Balan noch mal reden. Müssen wir mit Balan noch mal reden? Dass wir so einen Leute gefunden haben, beziehungsweise nur noch einen von ihnen gefunden haben. Wie schön die Stramme stehen. Können wir eigentlich jetzt mit ihm reden? Eine schöne Singstimme. Das war er schon gesagt. Also, nichts Neues. Okay. Ich muss gehen. Dann können wir uns auch abhinden. Wenn du was von den Vermissten hörst. Und dann gehen wir jetzt wohl doch irgendwie. Warte mal. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Okay, die gibt's auch mit Flügeln. Die gibt's auch mit Flügeln. Okay. Na, großartig. Na, das wird jetzt lustig. Warte, Händler, Händler, Händler. Oh, dann noch ein paar. Moment, Moment. Okay, nice.